So, heute gibt es eine Heupackung für mich, das ist ein überdimensionales Teesackerl mit Heu drin, das ist warm, und auf das werde ich mich jetzt gleich pflegen. Ok, und jetzt bin ich hier eingepackt und liege auf diesen Sackerl und werde 10 Minuten oder Viertelstunde? Viertelstunde. Eine Viertelstunde lang schwitzen und meine Muskeln entspannen.